Moin, hallo und herzlich willkommen zu die Spritztour der Orsendörp. Us Orsendörp ist übrigens ein von fähen Orsendörper in Deutschland und liegt mitten in Hadden von Niedersachsen. Usu Ort ist ca. 58 Quadratkilometer Grot und hat 3000 Inwohner. Sie nennt ein hundert fähen Semzig, hört die gemeine Orsendörp, to samt gemeine Broxen-Vilsen. To Orsendörp-Sims hört die Ortsdeile Brebber, Essen, Graue, Horndörp, Hohenmoor, Kuhlenkamp und Ypsen. Ländlich aber auch sehr zentral an der Bundesstraße sässe, zwischen Hannover und Bremen, nehmt wie das Auto, damit sie in der Kölle den Titen möglichst gohnen Inblick bekommt. Hier wohnt jung und alt, in der Orte im To oder in ein von den Baugebieten direkt mitten Mann. Wir hätten eine beachtliche Infrastruktur, worüber wir besonders stolz sind. Denn alles, was du tun täglichen Leben bruchst, kannst du hier in Orsendörp erledigen. Für den Fall, dass mal jemand krank ist, die Kusen killt oder die Derten krank sind, giftet mehrere Ärzte und eine Aphtheken. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber giftet in der Gemeinde Glickermorsen interessante Sorgen. In uns lütscht Gewerbegebiet, dass verkehrsgünstig lügt, laut sich lütsche und auch mittlere Unternehmen gehen nieder. Du kannst hier wie ein von den Fällen Handwerksbetriebe, in Dienstleistungssektor, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie oder Produktion oder in Handel gut arbeiten. Für die Lütschen Orsendörp er hebt wie ein famosen Kindergorn mit Krippe und eine verlässliche Grundschule. Für die Gräuderin giftet das Jugendhaus. Jede Menge sportliche, musikalische, kulturelle oder kirchliche Angebote sorgt für Fälle, Spaß und Inhaltung. Neben einem regen Vereinsleben lässt sich die Tiet und Goat wie einen utgebigen Speziergang oder eine Radtour durch die Natur genähten. Im Land alles mögliche Mocken engagiert sich Fälle Orsendörper ehrenamtlich hier. Drei Mal im Jahr ist der Ort besonders voll, denn hierfür wandelt sich unser Bahnhof, der ist im Übrigen die Endstation von der ersten Museumseisenbahn Deutschlands, zum Zentrum von dem traditionellen Erdbeerkartoffel- oder Wienersmarkt. Orsendörp Mockdampf kommt für B und er betüchtet ihr Sims oder kijkt ob www.asenderp.info oder ob unseren YouTube-Kanal für B. Mockdampf Mockdampf